Kommen wir? Ja, ja. Dämmerung, Eishockey. Wir haben gerade gesagt, wir spielen jetzt noch einer Eishockey und dann wechseln wir auf das Dunking. Damit wir das auch nochmal zeigen. Okay. Aber ich wette, da wird sich dann auch nur Kevin wieder aufregen. Ich frege mich immer auf, wenn irgendwas nicht läuft, das weißt du. Wenn mir irgendwas unlogisch erscheint. Aber das bin ich halt, das kann ich nicht ändern. Das kann ich nicht ändern. Komm, 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 weg. Oh, schade. Hole in one. Eigentlich wollte ich nur, weil ich dir nur vorlegen. Markus, du bist jetzt Lachen geworden. Okay, passt ja. Oh, zwei Tore, okay. Nein. Ich dachte, ich schaffte ein Hole in one, aber da geht der in den Moment rüber. Hole in one! Sogar in beide Tore! Ich hab ein Hole in one! Ja, passt! Ich hab's nicht geschafft, weil es bei mir ist er wieder rübergekommen. Jetzt wär's auch ein Hole in one geworden. So geil. Oh Gott. Der ist von dem einen Tor ins andere reingewutscht noch. Was hat das denn jetzt gerade für einen? Ja, der war nicht schlecht. Komm, komm, höflich rein. Dogi! Ja, jedenfalls. Ja, wie gesagt, wenn wir da ein dritter vorzustehen, sollte kaum die Chance zu verfehlen. Gut, ich hab das schon meistens. Aber... Boah! Boah! Ne! Fast! Oh, drüber hinaus! Ja, hier ist noch eine Ahnung! Fuck you! Scheiß kidding. Zu flach, okay. Das war jetzt zu wenig. Schon wieder zu flach. Ja, wie soll ich da rauskommen? Oh, ich komm wieder zurück. Schon wieder... ich komme nicht mehr da hoch du musst du jetzt mit voller kraft nicht du brauchst noch nicht volle karte muss drei viertel kraft oder so dann hast du dir normalerweise fasst du da ja aber koma selbst mit voller kraft komme ich nicht da hoch ja dann musst du dann den vorlegen bisschen ja es ist nervig du musst dann aber jetzt vorhin vorspielen genau ich habe schon da noch ein viertel kraft oder so gebraucht war der drin schade ich habe muss mich ich lag eben vor der mauer ich muss auch wieder zurück spielen jetzt elf schläge was ich trafe noch gekriegt so ist okay so druck ich mir das haus das ist nicht wahr das ist nicht wahr der verteidiger hat mich abgewehrt ich hatte tot abgewehrt schon wieder der verteidiger das gleiche was hier passiert markus ich komme mann das ist doch scheiße so jetzt sieben schläge theoretischem holen waren möglich das ding und der torwart schiebt mich wieder zurück in dieses scheiß grube ja das war bei mir aber auch so zwei dreimal in die sicherheit grube reingerutscht ja 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 ich komm zu dir och man ja ja nicht schlecht bogey ha ja ja naja das sind ja wieder die tolle sind wir beide rum müssen der ist sehr gut das geht es geht es geht es geht alles gut alles gut muss bleiben ist verpasst ich dachte okay das war ja auch scheiße weil du kommst du hier nicht weiter du musst nur darüber aber du musst ja links rein erst ja so bist du viel des guten ja und genau fall ich werde rüber hinaus ist ja klar 8 schläge ja perfekt jawohl ich bin nicht rausgekommen rechtzeitig misst okay das passt dann alles gut alles gut alles gut das ist haben das wo mich denn dahin jetzt darüber aus jetzt weg das das ist nicht wahr der gibt da liegt dann im moment von sekunden aus 6 schläge dankeschön scheiß teil das war doch mal so ein oder zwei schläge weniger gewesen oh gott jetzt geht das schon los und neben der strecke ja kommt fall fall ja fall doch noch ja so schlecht war es nicht jetzt ein bisschen tempo rein damit borgi feiern boge natürlich genau dazwischen ist ja klar ich bin drin und schon wieder dazwischen ja ich habe es gesehen ich bin aber am starten ein bisschen nach links gegangen ist ja dann nach rechts irgendwie weiter durch gerutscht ist also darf sich ziemlich gerade genau ein bisschen ja und dann und dann und dann und dann gewohnt ist ja jawoll der war nicht schlecht und jetzt muss der tor zur Seite gehen jawoll sehr schön ganz gut ja die die drin so eingestolpert würde ich zumindest mal in der ok soviel sind wir dazu das ist ja nichts mehr von der map jetzt da habe ich doch gesagt das war ja so gut ich kriege ich davon da oben rein jawohl dabel borgi das war schon mal das war schon mal bei mir auch ja bei mir auch er sieht wieder aufgetippt das war die richtige richtung Das ist nicht wahr Ich nehme ein bisschen Energie weg Und er wird wieder zurück So, ganz gut So, wo muss ich jetzt hin? Hä? Ey, total bescheuert, warum ist das Tor nicht in die andere Richtung gestellt? Du kommst so gar nicht hier durch Ach, hier bist du Jetzt Ich habe gar keine Dings mehr 10 Doch, 9 Oh, nee, ich komm diese Scheiße in die Komm, halt Na, nun Das war scheiße Natürlich kommt er genau in den Moment rüber Ist ja klar Hä? Warte mal Du bist darüber, ne? Scheiße Double bogey Ja, Mann, ich komme gar nicht drauf Naja, das hat gar nichts Ja, und das ist genau der scheiß Ding im Weg, weißt du? Hart Mit 5 über Paar beendet Ach, da ist der komische Steg noch, ne? Natürlich Wie ist denn da jetzt rüberkommen? Achso, okay Okay, erklär, erklär Und natürlich bleibt da nicht oben liegen Das wäre ja auch zu schön gewesen War der am Tor? Baby, war der am Tor? Ne, abgeprollt Ach, zu hoch Ab ins Meer Ab ins Tor Tor Ich habe Paar gespielt Ich habe die Runde verloren Ja, das ist aber auch manchmal echt verzwickt So was bei mir an den letzten Folgen Jetzt, sechs Schläge Gut Jetzt wollte ich Du darfst eigentlich so gar nicht so nah am Tor liegen Weil der dann nur kurz vor dir rumzappelt Die hat ja ein bisschen mehr Bewegungsradius Ja, ich könnte noch Zweiter werden Mit viel Glück Ach, Mann Tor, Birdie Ja, das war nicht mal eine Gute, gute Runde von mir Bin ziemlich zufrieden Mann Du musst Versuch dich doch auf den Sieg Auf den Steck nach hinten zu legen Und dann kannst du eigentlich ziemlich gerade drauf gehen Ein bisschen mehr Schon wieder abgewehrt, alter Schon wieder abgewehrt Oh, das gibt es doch nicht Ich war ja drin Jetzt, acht Schläge Was wir hier facken uns drauf ab Aber und Baby bleibt einfach heiß, kalt, ruhig Ich, 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 ich gehe mal kurz nochmal weg Und bin da, da geht es dann weiter Ja Ähnlich war gewonnen Eigentlich nur eine Bahn, die wirklich verkackt Ich hatte neun Schläge So, und dann Schau uns im nächsten Noch mal einen neuen Modus an Ich bin da, da geht es dann